In dieser Halle wählt eine Gruppe aus Halle, die sogenannten Los Sheeals Kregos. Sie werden als erstes ein Showtanz, dann der sogenannte Jörglauch-Leber. Und dann im nächsten Teil Titel können alle von euch mitmachen, wer weiter und wer da mit dabei sein möchte. Zu den Los Sheeals Kregos noch einiges ist es. In 2006 haben sich eine allerländige schwarze Schafe zusammengemotet, die in unterschiedliches Leben hat. Seitdem tanzen sie als Gruppe nicht nur Leer, sondern ebenso als Klamarkakt, Son, Cubano, Rumba, Cubano und Checha. Bei der Leer bleiben sie nah am kubanischen Ursprung, legen wir auf führbare Figuren, fließende Bewegungen und spontanen Vogelforhegografien, die aus den Anzeigen des Kontakten entstehen. Viel Spaß bei der ersten Show mit den Los Sheeals Kregos. Und danach, jeder der mitmachen will, ist herzlich willkommen. Viel Spaß! All right! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020